Herzlich willkommen zu eurer Sonntagsdosis Conan Exiles mit Lena und Ronny. Und ja, wir hatten ja in der letzten Folge euch schon ein bisschen was unseres neuen Zuhauses gezeigt. Ich schwenke jetzt einfach mal kurz um. Wir sind ein gutes Stück weiter gekommen, wenn nicht sogar fertig. Also wir haben reingehustelt, auch mit den ganzen Werkbänken und so weiter. Also ja, wir haben jetzt eine kleine Bude und ein paar verbesserte Sachen. Ich schwenke jetzt mal rum, nicht erschrecken, ja. Also wenn ich sage kleines Häuschen, dann wird es am Ende immer ein bisschen größer. Hallo, das ist unser neues Zuhause, Leute. Aber ich würde sagen, das Innere zeigen wir euch dann oder ich euch dann nochmal wann anders. Also wir haben uns überlegt, wir brauchen Gold. Dann sind wir auf die Idee gekommen, ins Vulkangebiet zu gehen. Wir wissen aber nicht, wo es die im Vulkangebiet gibt. Dann hatten wir die Idee, uns Stein, Nasen, Eier, Babys, was auch immer, zu kaufen bei den Wehrwölfen und die mit dem Goldstaub zu füttern. Ja, aber das Ding ist, so viele Münzen hatten wir jetzt auch nicht oder so viele Barren, die wir irgendwo gefunden haben. Und weil wir da auf Nummer sicher gehen wollten, hatten wir uns überlegt, in den Dschungel zu gehen und nach den Schätzen zu suchen. Die wissen wir natürlich, also wir wissen natürlich auch nicht, wo die Schätze sind. Aber wir nehmen euch jetzt einfach mal auf den Weg dahin mit. Und wahrscheinlich werden daraus mehrere folgen. Aber da wir halt im Dschungel bisher so wenig entdeckt haben, dachten wir, nutzen wir das einfach und ja, entdecken damit auch gleichzeitig etwas den Dschungel. Weil wie ihr hier auch sehen könnt, auf der Karte ist der Dschungel bisher kaum entdeckt von uns. Und vielleicht gehen wir hier einfach am Strand entlang. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier noch dieses Piratendorf ist. Da könnten wir vielleicht auch fündig werden. Und ich weiß, dass man im Piratendorf auch die Sandsteinechsen-Eier kaufen kann, Ronny. Ronny? Oh, ja. Ja, okay. Ich bin da. Ja. Das könnten wir halt machen. Und dann vielleicht einfach da am Strand und im Wasser entlang und einfach mal tauchen. Und gucken, ob wir was finden, Leute. Ja. Das ist der Plan. Und falls ihr uns jetzt in dieser Folge Tipps dazu geben werdet. Ich hoffe, ihr wisst, dass ich manchmal ein bisschen vorproduziere. Und falls wir dann noch nicht direkt auf diese Punkte oder diese Stellen gehen sollten, in der darauffolgenden Folge liegt das daran, dass wir wahrscheinlich vorproduziert haben. Und ja, falls wir aber nicht fündig geworden sind, würden wir dann auf jeden Fall noch mal an die Punkte gehen, die ihr uns dann eventuell vorgeschlagen habt. Ich hoffe, wir brauchen jetzt nicht mehr als das, was wir hier schon im Inventar haben. Ich habe ein bisschen Essen. Meinen Trinkschlauch müsste ich noch mal auffüllen. Obwohl, nee, müssen wir eigentlich nicht. Da ist ja überall Wasser. Bisschen Essen dabei, bisschen Heilung. Bettrollen habe ich notfalls auch mit dabei, mit am Start. Ja, mein Schwert ist repariert. Der Bogen müsste noch eine gute Zeit halten. Ja, und dann machen wir einfach mal los. Wir nehmen jetzt den Lian nochmal mit und die Dalinsia. Ich hatte in den Kommentaren auch jetzt einen Kommentar gelesen, wegen Unterschied Berserkern und den Namensträgern, die ja so gut sein sollen. Ich mache schon mal los, Ronny, ne? Ja, ich bin hinter dir. Okay, und es scheint wohl so zu sein, dass wenn man eine bestimmte Rüstung herstellt und die den Berserkern anzieht, dass die dann am Ende halt viel effektiver sind, also von den Gesamtwerten oder Schadenswerten. Die Sache ist die, warum wir überhaupt Gold suchen und Steinnasen holen wollen oder Babys holen wollen, die dann vielleicht zu Goldsteinnasen werden, ist, dass wir extrem viel alchemistische Grundsubstanz für all diese Sachen brauchen. Also egal, ob für neue Rüstungen etc. pp. Wir brauchen super viel alchemistische Grundsubstanz und wir haben dazu aktuell einfach noch nicht genug Gold, um das herzustellen. Auch für den Tisch des Kartenmachers, damit wir auch mal schnell reisen können. Ja, genau. Wir wollten, also wir hatten ja in der letzten Folge den Archivar besucht, um die Schnellreisen zu lernen und es wäre natürlich halt auch mega nice, wenn wir dafür nicht nur die Steine benutzen könnten, weil ich glaube, wenn du so an die Steine gehst und ja, dann kannst du ja von Stein zu Stein reisen. Aber es wäre halt auch cool, wenn wir aus der Base raus reisen könnten oder halt auch direkt zurück in die Base reisen könnten, falls das geht. Das müssen wir dann schauen. Ansonsten brauchen wir dann in der Nähe von so welchen Steinen auch nochmal so welche Tische, Karpentische, wenn es nicht funktionieren sollte, dass man zwischen den Steinen hin und her reisen kann oder halt von dem Stein aus zu dem Tisch reisen kann. Müssen wir dann mal schauen. Ja. Ähm, wollen wir vielleicht, wie wollen wir es machen? Wollen wir jetzt hier am Ufer entlang durch bis in den Dschungel reinlaufen? Oder wollen wir jetzt hier gleich links durch diesen Bach gehen hoch Richtung, Richtung 7? Hm. Äh, ja, denke ich wäre besser. Richtung 7, oder wie? Ja. Hm. Okay. Vielleicht einfach mal den, so ein bisschen den nördlichen Teil vom Dschungel mitnehmen. Hm. Was wir jetzt aber tatsächlich hätten machen können, wir hätten jetzt auch ein Reittier mitnehmen können, ne? Ja, das stimmt. Haben wir wieder vergessen. Ja, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Also, don't hate me for that. Oh, und ich hätte, eigentlich wollte ich auch noch Klüppel mitnehmen. Ich hätte auch noch den Tänzer, der du bist. Gut, dann müssen wir jetzt... Hier lang. Gut. Oh, Vogel. Alter, lass mich in Ruhe. Ah. Kommt direkt angerannt. Uns kommt schon wieder eine ganze Meute hinterher, hier. Na, ist mir egal. Irgendwann werden sie schon ablassen. Ja. Und mit der Schlange habe ich auch noch eine Rechnung offen. Aber irgendwann Schlange. Dann holen wir uns aber schon die, die dich auch getötet hat, zwischen den Baumstämmen hinten. Ja. Aber guck mal, links ist auch ein Tempel. Naja. Ja. Ja, soll man da mal hingucken, damit man gesehen haben zumindest schon mal. Ja, ich würde sagen schon. Ich würde sagen schon. Was sind denn das heute für Sätze, Leute? Sorry, es ist Sonntag. Anscheinend hat, äh... Hat unser Gehirn heute auch mal frei. Ja. Lazy day. Mhm. Heute darf alles entspannen. Außer unsere... Manlines und Y-Blains encoden. Die müssen... Ja. ...schuften. Gut, so. Okay, das sieht schon ziemlich... ...groß aus. Geil aus. Geil aus. Oh, okay. Da oben ist so ein großer... Ja, ich glaube, das ist ein Imp-Boss. Wieder mit so einer Pfanne auf dem Ass. Sehr gut. Westliche Kaserne. Westliche Kaserne. Ja. Viele sind in hier. Viele. Oh, schau. Aber alle schlecht. Ja. Äh, warte mal. Hatte der jetzt vielleicht auch einen Schlüssel? Also in Dietrich? Ich glaube nicht. Nee, wieder so ein blöder Eisentopf. Davon habe ich jetzt mittlerweile echt so viele. Brauchen wir Sprengdrüsen? Soll ich die mitnehmen? Ja, da können wir dann ein Wundsekret herstellen, damit... ...kriege ich jetzt einfach gar nichts oben in dem Tempel. Nein? Nö. Kein Buch? Nichts. Ob man hier auch bauen kann? Willst du hier bauen? Nee, ich frage mich das halt nur. Aber ich... Jetzt, wo die Anfangshürden schon mal durch sind... Ach, guck mal, da sind ganz viele Vögel. Ach, Mensch, hier hätten wir Federn gefunden, wie bekloppt. Haha, Eis voll mit Vögeln. Gut. Ja, nee, hier scheint echt nichts zu sein. Leute, wenn wir irgendwas übersehen haben, ihr wisst Bescheid. Schreibt's in die Kommis. Gut, dann machen wir vielleicht einmal noch gerade auf die andere Seite rüber. Ja. Hier muss irgendwo was liegen. Ich meine, dass... Ach, komm. Komm, da war doch wieder was in meinem Kopf, was jetzt sagt, nee, hier war irgendwo was. Ich weiß es aber nicht mehr. Vielleicht spielt auch meine Erinnerung wieder verrückt. Ah ja, gut, das ist ja sehr gut, dass man hier auf jeden Fall durchlaufen kann. Falsche Alraune. Ui, äh, äh. Brauchen wir das? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, aber ich will es haben. Ja. Okay, dann komme ich jetzt auch da hoch. Oh. Das geht's doch gar nicht, dass hier gar nichts ist. Finde ich bisschen komisch, dass hier nichts liegt. Ja. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt weiter am Strand entlang. Also wir müssen links lang. Mhm. Also der Dschungel sieht schon gut aus. Mhm. Kann aber jetzt natürlich sein, dass wir so oder so nochmal auf eine Schlange treffen werden oder mehrere, ne, wenn es die hier im Dschungel so viel gibt. Ich freue mich drauf. Diesmal. Werde ich siegen. Hier gibt es auch wieder Pilze. Apilzle. Oder gibt es die, wo bist du? Ja. Oh, schau mal hier. Können wir auch mal rüber gehen? Guck mal, hier sind die auch schon mal Schiffswracks, ne? Ob man da auch so... Bucht der Rümpfe. Ja, vielleicht gibt es hier Schätze. Ich tauche hier mal ein bisschen. Nicht nur du. Ja, gut. Aber ich sehe hier auch keine. Nö. Ach gut, dass wir die Atemtränke mitgenommen haben. Ja. Wir sind wie immer perfekt vor... Oh, hier ist eine Kiste. Unterm Wasser? Silber. Vorsicht, da kommen diese Spuckecks. Ja, die war so ein bisschen am Strand. Ja. Nähe des Wachs. Also da hat er mich direkt angespuckt. Okay. Also da waren jetzt nur Silberminzen drin, aber das ist ja auch schon mal sehr gut. Ja. Hier ist noch einer. Fünf Goldmünzen und ein Goldbarren. Die lag direkt am Wrack dran, jetzt. Ich war da hinten gerade, aber ich habe nichts gesehen. Warte, ich zeig sie dir. Mann! Nian blockt mich. Böse. Ich hasse es, wenn die... Ich hasse es, wenn die Begleiter einen so dumm blockieren. Ach, da. Und die andere, die war hier vor dem Frack. Äh... Ja gut, jetzt ist dunkel. Ja, hier vorn. Auf der Höhe. Ah ja. Das war's? Also bei den anderen hast du auch keine gesehen? Ja, hier habe ich noch nicht geguckt. Aber hier gibt es ja noch viel mehr, hier nach vorn. Hm. Hier ist auch eine. Sechs Goldmünzen! Oh, nice. Und Silber. Sehr gut. Sehr gut. Äh, jetzt ist es halt dunkel, ne? Ja. Glöd. Glödes Timing. Dann warten wir halt einfach ein wenig. Ja. Ich würde gerne wissen, ob es hier auch Bücher gibt. Irgendjemand, der mal was dazu sagt, warum hier die ganzen... Echt der Indigo. Hui. Machen wir auch alles mit. Hallo. Guckst du denn her? Leute, ich freue mich immer so, wenn ich neue Pflanzen finde. Ich finde das so toll. Hier ist nichts. Nee. Na gut, aber es könnte halt trotzdem sein, dass hier in der Mitte irgendwie Kisten am Grund sind, ne? Ja. Theoretisch. Und da hat auch keine Bücher. Ja. Keine Chance. Nee. Und da hat auch keine Bücher, die uns erklären, weshalb die ganzen Fracke hier lieben. Fracks? Fracke? Fracks, glaube ich. Schiffs-Fracks. Du siehst mich, oder? Mit meinem Feuerchen. Ja, ich habe jetzt auch ein Feuerchen. Okay. Ein Feuerchen. Ja. Aber hier kommt nochmal ein Frack. Ja, weiter vorne sieht es auch, glaube ich, so ein Umriss davon. Frack, der Bachstelze entdeckt. Oh, ja. Ist das eine Kiste, oder einfach nur ein Stück Holz? Einfach nur ein Stückle Holz. Ein Stückle? Ein Stückle. Oh. Hallo. Ah ja, das Nest des Krokodils ist hier im Boot drin. Krass. Sonst nichts, oder wie? Ach, komm. Gar nichts. Ja, gut, aber wir haben ja schon ein bisschen was gefunden. Bisher ja. Ja, wir können ja mal weitersuchen. Jetzt wird es ja auch gerade wieder hell. Vielleicht kann man dann auch mal kurz tauchen irgendwo. Ja. 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 Ach, schau mal da hoch. Ja, warte. Da oben rechts. Hinter dir. Ruhe. Ja. Auch irgendwie eine Art Tempel. So viel Neues zu entdecken. Wie bitte? Ziemlich groß auch, ja. Ja. Ach, Leute. Es gibt so viel noch zu sehen. Ich freue mich. Hier geht auch nochmal ein Weg hoch. Hier geht ein Weg hoch. Ja. Also hier. Ah ja, guck mal auf die Map. Ja. Das scheint eine Verbindung zu sein. Also kannst du den Weg langlaufen, glaube ich, um dort hinten zu der Piratenstadt zu kommen. So sieht es auf jeden Fall auf der Map aus. Mach mal die Map auf, dann siehst du es, dass das so einen Schlenker macht. Stimmt, ja. Zur anderen Seite rüber. Sollen wir da dann mal hingehen? Nee, ich würde schon am Strand jetzt weiter entlanglaufen. Die Landesinneren Sachen würde ich dann wann anders nochmal erkunden, wo wir dann durchziehen. Dann fahren wir eine gerade Linie. Dann kommen wir nicht so viel durcheinander. Oh, Leute, hier wird gerade gekocht. Das riecht fantastisch. Ich wünschte, bei mir würde gekocht werden. Ja, du. Es wird gekocht. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass ich da mitessne. Okay, wo sind wir denn? Nee, die ist schon vorne. Hm. Da hinten ist auch Map-Ende, bei den Inseln. Ich glaube, ich glaube, wir sollten dann auch bei diesen ganzen Inseln nochmal tauchen gehen. Im Wasser. Aber das machen wir dann das nächste Mal. Jetzt gehen wir einfach mal hier noch lang. Oh, da kommen wir ein bisschen Fracks. Ja. Ah, und das sieht aus wie das Piraten-Dingens da oben, ja? Bucania-Bucht. Ich sehe dich, du kleiner Schatzräuber. Ja. Das ist alles meins. Oh, mein Gott. Das ist aber auf der anderen Seite. Ja, da sind auch noch Fracks. Okay, wir machen aber links rum. Okay. Einmal durchrennen, alle Agro auf uns ziehen. Da vorne steht schon einer. Ja. Wie ist der? Oh, Gall aus der Seegrube. Ist das ein Rammsträger? Ich gehe kaputt. Vielleicht hatte der auch Gold dabei. Wo ist das denn? Was ist das denn gewesen? Ich habe alles mitgenommen. Ich habe es gesehen. Abgesplittertes Geißelsteinfragment. Okay. Eisenbarren, Elfenbeinpfeile, eine Steinachst. Good boy. Und Silberstaub auch. Also, wenn wir jetzt welche Loot killen, immer schön den Loot angucken. Weil ich denke, dadurch, dass das hier so eine Art Piraten sind. Ich habe seltenes Gewürz. Nimm's mit. Nimm's mit. Ja, so eine Haut nehme ich auch mit, Stahlverstärkung auch. Ja. Okay, jetzt sieht es ja aus, ob wir das gesamte doof glatt machen müssen. Guck mal, hier oben links ist noch ein Kämpfer. Ja. Oh. No. Vierbändiger Bogenschütze. Was ist das denn, ey? Argosianischer Traumstaub hatte der mit. Nimm's mit. Alles mit. Nimm alles mit. Ja. Alles meins. Haben die auch Katzen? Als... Ah ja, guck mal, haben die. Die haben Gefährten. Ja. Niemals. Strandgut freigeschaltet. Ruhig dich. Schwarzbucht rum. Feuersteinfall. Ach so, nee. Siehst du, jetzt lese ich schon Feuer und denke mir... Feuer? Ich gehe hier links rein. Ein Tierbändiger. Macht man den dann in den Tierpfärsch rein? Weiß ich nicht. Aber das ist doch auch ein Mensch, oder? Oh, hier ist eine Kiste hinten dran. Oh, wie kommt denn jetzt an hier? Werden die alle gewollt? Leute. Oh, diese Gewürze. Die sehen voll schön aus. Damit kann ich richtig coole Sachen kochen, glaube ich. Ja. Ja. Du lootest ja da zu Ende, ne? Ja. Dann gehe ich schon mal raus. Das Ding ist, ey, bis wir hier durch sind... Bis wir hier... Ja. Bis wir hier durch sind, sind die doch eh alle wieder nachgespawnt. Das ist durchaus nicht möglich, ja. Er hat einfach zwei Panther mit dabei. Cheater, das geht nicht. Immer diese... Immer diese Flexer hier. Ähm... Wollen wir zuerst... Lass mal kurz schauen. Ähm... Hier war ja nebenan noch so'n... So'n Häuschen, oder so'n... Ah ja, hier kann man hoch. Mir schreit hier jemand an. Oh. Die Fangen jetzt sind überall angeschlossen. Hier ist ne Kiste. Ja, dann würde ich sagen... Machen wir das hier jetzt gerade noch schnell, hm? Ja, dann rödeln wir hier mal kurz durch. Rödeln wir durch. Und falls wir noch ein paar mehr Münzen finden sollten... Könnten wir uns ja auch trotz alledem überlegen... ...noch mal so ne Sandächse jetzt grad mitzunehmen. Ja. Also immer schön die Eulekleine offen lassen nach Kisten... ...offen halten, offen lassen. Ja. Sunday. Ich werfe einfach mein Auge auf die drauf. Oh, das wäre noch ein Dreier-Tänzer gewesen hier oben. Ach, schade. Naja, wir brauchen ja auf jeden Fall noch einen. Ja. Oh, das ist ein Dreier-Kämpfer. Also mit drei Totenschädeln. Kann man denn... Okay, der kriegt gar keinen Schaden von mir gerade. Oh, bitte hau mich nicht, bitte hau mich nicht. Oh, bitte hau mich nicht. Ich weiß ja nicht, wo du schon wieder bist. Ich hab hier links rum gemacht. Hier ist ein Alchemist, Ronny. Ja, äh... Äh... Gut machst du das. Hier liegt ein Buch auf dem Tisch. Ah, er ist hier. Okay, ich helf dir. Kannst du den mal runterziehen? Ja, da oben ist noch ein Namensträger-Kämpfer, also... Ja, deswegen... Das halte ich mir mal nicht mal. Aber Koch haben wir ja. Alter, ich bin tot. Ich bin tot. Wenn er mich jetzt schlägt, bin ich dead. Lauf, lauf einfach ans Wasser. Lauf, so weit du kannst. Alter, hat der gerade Damage gemacht, Freunde, der Nacht. Warum haben die denn so viel Leben? Haben sie mich räumt. Okay, so ganz so einfach mit dem durchbrudeln, wird's ja scheinbar doch nicht. Ich hoffe nur, dass unsere Betreider oben das aushalten gerade. Natürlich, die halten das aus. Macht halt keinen Sinn jetzt hier mit dem Bogen, ihr. Alter, wo ihr den hindrängt, echt, ich hab da gar keinen Bock drauf. Ich geh weiter looten, den macht das schon. Das ist so doof. Echt. Ich hab vorhin hier übrigens noch ein Buch gefunden, ne? Also, wenn du dann bereit bist. Ich find den, ich find den Typen leider nicht mehr. Ja. Aber der hatte bestimmt gute Zeit. Piratenküche, du hast ein neues Talent erlernt. Heute wurden erneut Kisten angeschwemmt. Seide, geborstenes Geschirr, Edelsteine, die übliche Beute, die uns die See beschert. Dieses Mal sind allerdings Kisten mit seltenen Gewürzen darunter, die ich noch nie gesehen habe. Ihr pikanter Geschmack brennt im Rachen, wärmt aber den Leib und lässt mich schwitzen. Ich sollte mich besser ans Kochen machen. Schamala lässt mich vierteilen, wenn ich sie warten lasse. Hey, das ist doch übertrieben gut, weil dann können wir ja mit den Wärmenden, also wenn die Wärmen, die Gewürze, dann könnte man Essen kochen. Also Essen kochen, das einen wärmt und dann mit dem Essen ins Eisgebiet gehen. Ja. In den Frostpalast oder so, zu den Riesen. Hast du's auch gelernt? Ja. Gut. Der ist übrigens gerade wieder, oh Gott, Alter. Gerade wieder da. Hier. Oh, Arsch. Und zerbrochenes Glas im Eisenbarn. Zerbrochenes Glas nehme ich mal mit. Ich habe übrigens bei dem einen Koch, der Namensträger, da habe ich ein Hackmesser des Kochs rausbekommen. Okay. Okay, dann sind wir jetzt auf der Etage durch, würde ich sagen. Ja. Ja gut, ihr Lieben. Dann machen wir morgen an dieser Stelle weiter. Ich bin gespannt, ob wir morgen noch mehr Gold finden werden. Wie viel haben wir denn jetzt heute? Also ich habe sechs Goldmünzen gefunden. Ich habe fünf Goldmünzen und einen Goldbarren. Oh, ein Goldbarren. Sogar wie viel Gold kommt da nochmal raus? Vier? Fünf. Fünf Münzen. Fünf Münzen, ja. Das ist doch schon mal eine nice Ausbeute. Das sind schon fast zwei Eier, glaube ich. Ja. Ich glaube, ein Ei kostet zehn. Übrigens habe ich gerade nochmal geschaut. Das zerbrochene Glas ist eine legendäre Waffe. Ich habe das mal irgendwo liegen gelassen, weil es halt einfach nur wie eine zerbrochene Flasche ausgesehen hat. Ja. Und ich nicht davon ausgegangen bin, dass das viel Damage macht. Was steht denn da dabei? Das macht 52 Gesundheitsschaden. Das hat als Effekt Schild zerschmettern und Überlebensbonus kriegst du da durch. Ja, lol. Es hat sogar mehr Damage als mein Schwert. Okay. Alles klar. Na gut. Dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Genießt ihn und startet morgen gut in die Woche. Und wenn morgen euer Tag nicht so der Burner sein sollte, wisst ihr Bescheid. 15 Uhr kommt im Video. Ich hoffe, ich kann euch damit dann eventuell den Wochenanfang verschönern. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Bis dann.